Herzlich Willkommen im Tink-Kartenfächer, die Farben. Los geht's! Hier könnt ihr viele lustige Geräusche, Lieder und Reime zu den Farben entdecken. Geld, Geld, Geld sind alle meine Kleider. Geld, Geld, Geld ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was so Geld ist. Weil mein Schatz ein Klöpfeamtler ist. Auf dieser Karte findest du fünf Geräusche. Der Luftballon. Schau doch mal, was ich hier habe. Einen Luftballon in blauer Farbe. Der Teller. Wir haben Hunger, Hunger, Hunger haben, Hunger, Hunger, Hunger haben, Hunger, Hunger, Hunger haben, Durst. In diesem Wald wohnen verschiedene Tiere. Kannst du das Eichhörnchen entdecken? Nein, das ist leider nicht richtig. Versuche es weiter. Gut, du hast das Eichhörnchen gefunden. Siehst du auch die giftigen Fliegenpilze? Ich bin ein Fliegenpilz. Ich sehe schön aus, aber ich bin für Menschen sehr giftig. Rate, rate, was ist das? Es ist kein Fuchs, es ist kein Has. Es ist braun, hüpft gerne von Baum zu Baum und sammelt viele Nüsse für den Winter. Viel Spaß beim Ausprobieren, Entdecken und Raten. Ich bin ein Pfeiliger oder Eichhörnchen, Entdecken und Raten. Ich bin ein Pfeiliger oder Eichhörnchen zum nächsten Mal. Ich bin ein Pfeiliger, Entdecken und Raten. Es ist ein Pfeiliger, Entdecken und Raten.